Die Herstellung von Beton ist verantwortlich für ca. 7% der CO2-Emissionen. Wir müssen also schauen, wie wir Materialien, die überall vorhanden sind, zu Baumaterialien transformieren können. Ich bin Dominique Gossamüller, Kuratorin der Ausstellung Fibra, Zeitgenössische Architektur aus Pflanzern und Fasern. Die ungewöhnlichsten Anwendungen von Naturmaterialien in der Ausstellung sind Pilze. Man muss sich das so vorstellen, dass man eine Form baut. In dieser Form gibt es Reste von Mais zum Beispiel und dann auch das Mycelium. Innerhalb einer oder zwei Wochen wächst das Mycelium durch das Mais als Nahrung und füllt die Form. Damit entstehen Pilzsteine, die unheimlich leicht sind und ziemlich ähnlich wie Styropor sind. Damit hat der Architekt in New York eine Installation gebaut, die mehrere Meter hoch ist. Das war nur kurzfristig, aber man könnte das sehr gut als Isolierungsmaterial innerhalb einer Wand benutzen. Und es gibt mehrere Stellen, wo man darüber forscht. Was kann man mit Pilze bauen? day! NY Vielen Dank.